Musik 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 Was sollen wir hier noch tun? Tuten tun? Ok Wir müssen hier ein Stück weiter gehen Dann Norogs killen Ich komme sofort nach Was tust du denn da die ganze Zeit? Ich habe die Grafiksettings anders eingestellt Oh, kannst du immer aufhören zu lagern, immer wenn ich angreife Nee Ah, ab Level 20 kann man in einen Mount bekommen Aha Ich stand hier so, als ich keine Hilfe Hilfe, die Bienen greifen mich an Ich mache auch nur 250 damage mit einem Feuerball anlegen, aber Woher bist denn du? Äh Was tust du da eigentlich? Am Leggen Ich frage mich gerade, wo du bist und was du tust Ich lege gerade Wo bist du denn? Daneben dir Ja Da Äh Ja Das ist der erste Expression Expression Auf Level 7 Perfekt für mich Oh, neue Viecher Oha Oha, was ist denn das dahin? Neue Viecher, wie gesagt Chromos Wieso bin ich jetzt so lange? Zweiköpfige Katzenviecher Level 7 Ja Oh, die schnauze gelegt Hey, Norok Da ist noch eins Da ist noch eins Campfire Dank mir Ja, vorhin hast du ja auch eins Ah! Es hat gute Augen gekommen Es heißt, es macht einen starken Level Up Ja, toll Du bist kurz vorm Level Up Ja Was ist denn das dahinten? Sieht aus wie eine Blume Plainful Sun Essent Plentyful meine ich natürlich Sieht etwas merkwürdig aus Gathering Failed Ja, bei mir auch Den tue ich jetzt noch Soll Ich geh mal Out of Range Dann kriegst du nur WIP XP Okay, hab sie trotzdem bekommen Tja Äh, ich glaub wir können wieder zurück Das sieht mir hier wie eine Pflanze aus Das sieht mir hier wie eine Pflanze aus Ich verstehe immer noch nicht warum die Leute die Pflanzen auseinanderropfen um sie zu bekommen Wie er sich freut Guck mal, da ist ja ein neues Icon erschienen Oh Genau da Das war zwar da schon die ganze Zeit aber gut Okay, ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen Wie machst du das, dass du da äh Orangene Punkte siehst? Quest äh Folgen lassen hier so Achso Ja Ja, man klickt auf die Quest und dann wird nichts angezeigt Nein Ich bin so schlecht Ich kann hier nicht meine Sunny Sense gaten Achso Da musst du hin Hey, da ist eine Sense Oh nee, jetzt hab ich auch keine Lust mehr Sunny Sense kann ich nicht bekommen Versuch jetzt mal Amuhahaha Boah Alles nur Lack Ja, wenn beide wahrscheinlich drangehen, dann ist die Chance größer Er ist ein Erz Das ist gut Oh Haha Äh Hast du auch zwei Kobalt, äh ne, Crymantle Orr bekommen? Crymantle, ja, hab ich auch bekommen Etwas Komischer Name Die Viecher nerven Oha Sind wir fielfisch Teleportroute freigeschaltet Für die Föderation Das ist gut Boah, das gefällt mir hier Wieso? Äh Das gefällt mir leider nicht Wo ist denn Die Idee, die hier stehen müsste Erst mal alles annehmen Warte bei mir ist ja ein Wo ist ein Leander? Ach, da ist Leander Tell me more Tell me anything Greetings and meetings Watch your back and your friends Aha Watch your back and your friends Watch your back and your friends You need my help? For the Federation Watch my back, I'll watch you Watch my back, I'll watch you You call it gambling, I call it profit Let's see what's here Ah, eine wahrscheinlich wieder erholbare Quest Oh, hab ich gerade Crymantle Awe bekommen? Hab ich auch bekommen Na dann Vor allem NPC kriegt man das Okay 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 Was habe ich Neues? Das ist schon mal gut Oh Gott, so viele Quest Gefällt mir schon mal, dass es kein Grindspiel ist Warum kann ich das Item nicht in die Box packen? Warum wird mir jetzt hier nichts mehr angezeigt? Ah, es hat nur gelaggt Okay, das kann ich auch nicht in die Box packen Was kann ich denn dann bitte in die Box packen? Ist das wieder so ein Duplikator Teil? Okay Okay, packen wir mal zwei Stück rein Okay Er wackelt und wackelt und wackelt Irgendwie nichts passiert Gut Gut, äh, es ist weg mit einem meiner Crymantle Awe Bei mir mit zwei Blümchen Oh, ah ne das ist für Level 2 So, jetzt höre ich eine neue Robe Oh, ein Bogen der ersten Expedition Äh, Level 7 Nicht schlecht Gefällt mir Bringt mir nur leider nichts Okay, The Traces of Darkness Wo ist der Schrein? Achso, da Okay Chromos Anzeigen lassen Äh, Collect the Encrypt Fragments Scattered around the Ruins Okay, wir sollen irgendwelche Fragmente einsammeln Rockcrawler killen Priscus finden Und Äh, Use the Safe Heaven Teleportal Scroll To Return to the Tower Brace Das sollen wir dann wohl eher zum Schluss machen Ja Sind hier Blumen? Ich trage einen Blumen Mhm Hey, da ist ne Sonnenessenz Ja I feel Auch nochmal schnell einen abgegriffen, ne? Ja Also Ich würd sagen Wenn man mit mehreren da rangeht Ist die Chance größer Dass man halt was begonnen Ich denke eher, dass dann alle was bekommen Ach, die Vierer sammelt's töten Ja, Chromos Ich hab Akku Oh, die haben gar nicht so wenig Life Hm Ja, das haben sie vorhin auch schon gesagt Was? Dass ihr Technik Team dabei ist, die Legs zu überheben Ja Es geht ja eigentlich So heftig ist es nun auch wieder nicht Er ist hier im Grenzen Hey, da hinten ist wieder die Essenz und hier ist ne Blume Und da ist ein Fragment Rechts Aber erst mal die Essenz, ne? Joa Sammel du mal die Essenz Ich Sammel das Fragment Okay Bam Äh Mit einem Lock kann man also Auto laufen? Hm, kenn ich Ja Find ich mal scheiß Werde ich auch bestellen Oh Oh Healing Bomb Oder? Hunter's Romb Achso Healing Bomb Ja, ich hab Healing Bomb gelesen Äh Aha Ein Enchantment Crystal So 3,9% mehr Damage zu normalen Monstern Was brauchen wir noch? Äh, Fragmente, oh Gott Hallo Ah Da ist ein Chromos Brauchen wir noch Chromos? Ja Aha, okay Oh ja, da ist die Schwerer Tö... 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 Haha, was ein Witzballt, looking for a dead mind. Äh, lagst du schon wieder? Ja. Was macht es da? Cool. Ja, natürlich. Hä? Ich müsste gleich ca. 20 Feuerbälle auf einmal schießen, aber... Ähm, was ist hier los? So, jetzt müssen wir... Fragmente sein. Aber das ist ein Wunderring. Ein Wunderring? Den möchte ich haben. Den möchte ich haben. Der ist bestimmt wunderlich. Hey, da ist ne Blume. Meine Blume. Kommt bei dir irgendwas, wenn ich das mache? Was? Achso. Fein Vendrar, aha. Also man verbessert das immer weiter. Äh... Ne, das ist halt... Du kriegst halt manchmal Fein und manchmal Normal raus. Hm. Ähm. Das ist noch ne Vendrar. Achso, warte auf, ich bin nicht bereit. Hier liegt Gold. Ja, aber ich darf jetzt erst mal nichts mehr schreiben. Ich habe wohl zu viel geschrieben. Oha, was hat die denn für einen Kreis wo ich rumgehabt habe? Keine Ahnung. Stimmt, das könnten wir gleich mal gucken. Ähm. Wegen neuen Skills und so, ne? Ja, aber wo gehen wir lernen? Müssen wir wieder zurück oder vielleicht ist in der Stadt was Neues? Ey, das wollte ich auch sammeln. Geht aber nicht. Macht die andere da schon. Ist die doof? Mhm. Oh. Hahaha. Die Feater sehen echt irgendwie witzig aus. Ich krieg hier zwei Geater. Ich krieg's mal ne alter Maid. Die Feater müssen sogar tun. Ja, er hat diese Attacke gehalten was. Mano, das ist nicht mein Geld. Oh, Cremantle Awe. Ha! Ha! Ho! Ha! Ho! Stop! Verdrigis Flake habe ich jetzt bekommen. Nein, ist noch ein Cremantle Awe, aber da häupt schon einer dran. Da, da, da ist ein Relikt inscribed Fragment. Wären du die Kicker da mal eben. Hast du's auch gekrampt? Äh, nein. Äh, den sammeln. Schmeiß mich mal da vorne. Hier ist wieder Cremantle Awe. Your mining has increased to three. Ähm. Ach so, hier kann man das sehen. Nee. Hä, wo kann man das denn sehen? Doch, klar sieht man das da. Nein, da ist kein Mining. Bei Extraction auch nicht? Nein. Aber da muss es noch sowas ähnliches geben. Wie bist denn du da überhaupt drauf gekommen? Auf J. H ist Hilfe. G ist Gilde. V ist Achievements. Also V ist schonmal Achievements. Kraft Extract, Extract. Muss denn auch hier sein irgendwo. Energy Extraction. Ach so, nee. Ach so, nee. Ach so, nee. Ach so, nee. Hä? Äh, ja. Okay. Hallo. Ähm. Orkern Raider? Warum nicht? Ja, ich hab's da auch heute mal erst. Erst mal gekommen. Ich hab was, wir lancieren. Berserker. Dann noch Blumen. Fragment. Blablubmüll. Okay. Cremantle Hall. Your mining has increased to four. Nett. Oh, hier lagen noch 252 Gold von uns. Und da vorne ist noch ne Sonnenessenz. Waaah. Bäm. Hier liegt Geld rum. Das ist nicht meins. Ey, die hat ein geiles Schwert. Die hat ein Breitschner. Das sieht richtig geil aus. Aha. Wuhu. Yeay. Wuhu. Yeay. Wuhu.